die blick geben wir 24 24 8 9 13 13 metano was gibt's danach lol ich weiß ich habe gestern schon ein paar spiele kommentiert und weiß nicht ob jetzt so viel zeit habe aber natürlich hätte ich gerne eher nicht möchte ich mal sagen möchte ich dann gleich sagen hatte kurz eher nicht gehe dann mit freundin spazieren so da der drache da oben ich habe gemeint dass die quests auf der mini map angezeigt werden so rote punkte aber wenn der jetzt da oben zeigt und die die mini map meint dass der direkt über mir ist dann hast da war es auch nicht ganz oder ist es nicht verdreht ich weiß nicht blöde kugel ich hasse kugeln los aber jetzt geht es wieder ab sind jetzt irgendwie mehr leute als vorher dabei ich davor waren wir zufrieden das und jetzt sind wieder wieder mehr vielleicht das gesagt habe es ist für jeden ein guter es ist für jeden ein geheimnis ja da drache er kann es nix quest komplette fünf starb innen auch nicht schlecht wenn man gerade neu anfängt ich weiß noch angefangen habe hat mir natürlich keine gegründet gehen dass ich habe da ewig lang den luch sachen gehabt hier steht da drinnen und schießt blöd das will er von mir die 9 was habe ich da was geht was geht danke man danke aber warum macht er weniger schaden das verstehe ich nicht als netflix ist das synethics der alte kumpel aus league of legends jetzt habe ich so einen fetten oder gleich mehrere ziele trifft das ist ja übelst overpowered das gefällt ich würde nicht rechtlich lebe diesmal länger ich versuch es lag nicht an mir sondern die gegner waren zu stark und zu blöd einfach gemein so alle drauf auf den drachen hier golden chain mail schön dass du vorbeischauen wo ist er denn da ist er was spielt eigentlich level 4 wizard na dann wenn wir dich mal schön hochleveln hier o leech 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 wo wir den machen sollten ich weiß nicht ich weiß nicht weiß nicht kugel 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 stirbt ja nein vielleicht will nicht sterben irgendwie wenn er gut dann lassen wir den mal jetzt geht es eigentlich die recht gut ab und ich muss sagen mit dem neuen bogen hier dürfte auch irgendwas sein ist es letzt ein spot wo der baum normal ist und ich weiß nicht diese kleinen kätzchen mal ein bisschen wo gehen wir da mal hin teleport ins verderben irgendwohin da ist ein level 20er in die gott land los geht ja nix es geht um überhaupt nix wenn die leute sterben vielleicht einfach einfach raus hier wenn das zu stark freund ist was jetzt los nein torsiel ist tot verdammt torsieler wieso tust du mir das an sollte nicht umstehen bleiben trotzdem haben wir einen level 20 dabei ist jetzt trotzdem nicht wirklich einfach hier ein bisschen mehr konsumender level up level 11 mittlerweile sin ethics nein sin ethics ja da gehe ich sicher rein klar jetzt sterben alle ja ist ja geil gehen wir mal rein und schauen was da los ist ich habe angst habe nur holy water bekommen also was was ist da los lord ruht wenn oder wie einfach mal ein bisschen schaden machen dann komm her kannst du nix machst du kein schaden hier ich bin hier der boss ledermäuse aber gibt gute pp möchte ich mal sagen das hat aber ich noch nie drin das heißt wenn jetzt da irgendwas passiert was ich nicht erwarte weil ich sterbe und was ist da drinnen die sex dagger confused sind die alle hier aber sie ist nicht deswegen da kommt aus der wand so ein komisches ding es geht wieder und dann sind wir kommt confused alle wohin gehen wir nach hoch vielleicht diese richtung los auf diese möchte gerne vampire was ist da drinnen da hat in der bibliothek jemand gekämpft quasi da ist noch einer ganz nix ja 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 mit dem nein das habe ich das nicht bekommen so weg mit der nutrüstung da was heißt da ja in den dann schon jetzt gesagt jetzt gesagt was eigentlich die sieben rüstungen erst mal nun und dann fragen das ist mein motto level up level 13 also mit dem auto geht das wesentlich schneller möchte ich mal sagen vielleicht auch weil ich in den morgen dann schon da drin bin aber 60 gps 60 gps auch hier kann nix auf jeden fall macht das ordentlich spaß hier da ist kein gegner da unten ist der nächste und da kommen schon die nächsten aufpassen hier dass da nicht getroffen werden möchte das in einer schiff oder party so mal ein bisschen ein spell reinhauen und bisschen schaden machen 130 gps das vorsichtig leiter passt erst mal auf muss muss eigentlich die fest ist da oben okay das heißt das heißt wie kommen wir dahin auch hier vielleicht ist noch mit einer schlaufe dahin ich weiß nicht wie schnell das geht was es wird so youtube was heißt das was drinnen die sieben habe ich schon nicht schlecht nicht schlecht ja mal da noch weiter was ist jetzt los wie viele sind das nicht sterben da ist es der ist es der endboss oh mein gott ja das ist ja oh mein gott die gehen keine p die somit besiegen jetzt einmal ein bisschen da unten da ist noch ein kumpel von mir krachs los da oben wartet der post auf uns rein da und der menschko oh mein gott 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 bin confused ich will nicht confused sein weg da wie geht das ok oh mein gott das ist ja echt lebensgefährlich hier was war das bitte ein sarg war da ich bin aber keine pp hallo oh mein gott oh mein gott los drauf auf den nein wie soll mit dem besiegen oh confused da rett man dann in eine andere richtung als man eigentlich möchte dem keine pp möchte ich habe hallo ok lassen wir mal den und ich habe mal da oben was da oben was ist hier so los ein wächter oh und diese schwarze hier ok 60 gp nicht schlecht nicht schlecht wo rein jetzt viel oft da was heißt rein jetzt du bist du nicht mal im dann schon du kannst du nicht rein im dann schon kann man nur rein wenn man doch dort war das ist eine höhle nachgeben was ist das jetzt auch wieder sagt dann würde keine peters von da diese minima dann geht und dann geht nicht wirklich ran denn wenn der da kommt macht der ordentlich schaden auszuweichen hier warten worauf genau der level 20 der kennt sich hoffentlich aus nur mit mir einen schönen bruder war hält sich irgendwie oder so hier und just verdammte dinger da ist ja was das ist jetzt gar nichts ich glaube nicht oder mal ein hp pot was das tv auf da geht ihm keine ep leider nicht da war da nichts drinnen noch in die erfahrung ich glaube nicht oder nein geben keine pme geben keine ep mehr raus hier rin portal was gibt es da schönes t1 bogen ghost king mit probe ja level 14 mittlerweile ich glaube langsam aber sicher habe ich wieder genug ich bin ich da wieder in dem level 1 land das ist da oben wo genau irgendwo hin und dann teleport zu mir aber trotzdem das ist jetzt nicht mehr ok der gibt mir auch das dazu so weiter schau mal was ich da alleine reise jetzt mittlerweile ist okay es ist schon mal da aber fast keiner mehr hustt hustt ich habe dich auch hier besser sie doch dark buying death ring interessant geraten höhle nicht interessant ich möchte mit reden t5 quiver da sage ich nicht nein da sage ich nicht nein da sage ich nicht nein meine güte der gibt mir ja übelsten boost jetzt das gestorbenångic wird das genau das war ja woche wenn man ja harte ich安 слож diese ich